Hallöchen, Puppüchen, willkommen zurück zum letzten Film von Minecraft. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft gehabt. Letzte Folge, ich gehe direkt rum, ich switche direkt rum, weil wir haben nur noch, oder ich habe jetzt nur noch eine Dreiviertelstunde Zeit heute. Dementsprechend will ich ein bisschen was schaffen noch. Ey, meine Maus dreht sich von alleine, weil der Kabel yankt. So, jetzt aber. Deswegen will ich ein bisschen was schaffen. So, schwupp, ne, der war zu hoch. Der war mir zu hoch, obwohl, können wir auch da lassen, soll ich mit Leben. Der kommt weg. Der ist ein bisschen tief gewesen, ne? Hier ist schon ein rege Streifen, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr gut. Ähm, na gut. Ich hätte jetzt gerne hier noch einen Block. Wir müssen nur aufpassen, weil jetzt können die Fischers nämlich abhauen. Der Weg damit. Fällt mir schon viel besser. Uh, die ist nachgewachsen. Sehr gut. Ach, Alter, mittlerweile kriege ich schon einen Dachschaden von dem Rave, der hier passiert jedes Mal. Ey, da ist ein Sapling runtergefallen. Ich habe es gesehen. Ach, die da. Eigentlich könnte ich euch nochmal füttern, ne? Ne, warte mal. Na? Wo ist denn dein Partner? Da hinten. Steht er auf dem Klotz. Komm, du kleiner Mann. Will schön. Da. Da gibt es EP. Okay. Okay, der hat jetzt kein Sapling gebracht hier. Ich habe nicht gedacht, da gehen wir draus. Naja, okay. Für die Schweinchen hätten wir nochmal ein Möhrchen dabei. Wo sind die anderen Schweine? Hallo? Ja, komm. Wo sind die anderen? Oinkie oinks. Oh, ja, stimmt. Aber der wird auch kein Sapling bringen. Was machst du denn da hinten in der Ecke? Kommt ihr mal. So, jetzt sind wir drei Schweine. Hier fehlt der vierte. Hier fehlt der vierte Schwein. Ah ja. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Kinder will ich hier sehen jetzt. Sehr schön. Der ist noch nicht nachgewachsen da oben, ne? Wir können ja... Oh. So, jetzt wird es hier ein bisschen heller ist. Das machen wir hier auch nochmal so ein Ding hin. Das machen wir hier nur so ein. Da braucht man auch nicht so viel. Sieht von hier aus jetzt ganz nett aus. Na, komm. Oh je. Sekunde, ganz kurz leider. So, jetzt kommen jetzt mal. Ah, ah, ah Sorry Leute, aber mitten im Video klingeln ist immer doof. Scheiß Hermesfuzzi. So, nein, Gott, nein. Boah, welche Verlässigung hier. Meinii. Ist verlockend, den da umzunieten. Ich hätte ja einfach mal oben Holz mitnehmen können. Ey. Kein einziger Zeppling, Alter. Warum ist noch Holz drauf? So, leider ist mal weg. So, kann ich wenigstens in Ruhe weiterbauen. Ohne hier Probleme zu haben. Ist doch ganz nett auch schon, oder? Würde ich sagen. Kann man mit arbeiten. Hallo. Hier sind noch zwei Fackeln. Die kommen natürlich auch weg. Und dann müsst ihr damit klarkommen, was ihr jetzt hier habt. So. Das sieht doch gut aus. Bums, bums, bums. Hier sieht es auch schon gut aus. Aber den Hühnern müssen wir jetzt aufpassen. Die nutzen natürlich jede Gelegenheit aus. So, das machen wir genauso wie drüben. So, das machen wir genauso wie drüben. Okay. Okay. So. Und ihr geht natürlich auch hier in einen kleinen Hühnerstall rein. Easy going. Alter. Heute ist echt ein Tag, ey. Ich kann es gar nicht beschreiben. Er wird so um die Ecke gehen. Der Hühnerstall. Ja, du droppst mir direkt ein Ei. Find ich nett von dir. Dankeschön. Dankeschön. So. So. Und hier kriegst du dann so ein Räumchen sozusagen. Auch aus Holz. So wie die anderen. Aber nur viel kleiner. So eine Stege drauf, wo ihr euch darauf setzen könnt, zum Kackern. Ich denke, das reicht schon fast. Jetzt müssen wir hier noch Holz reinkloppen. Dann haben wir auf jeden Fall genug da. Dann haben wir hier noch mal. Holz, helles Holz, helles Holz, alles rein. All in. Genau. Dann nehme ich jetzt erstmal das hier weg. Ich mache die Decke fertig. Dann. Oh, 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 oh. Ne, das passt von der Breite jetzt so, wie ich das gemacht habe, passt das. Aber, aber, das muss dann auch die Breite haben hier. Wo ist das Ei? Ich habe hier ein Ei droppen gehört. Was hat hier drin gedroppt? Morgen. Morgen. Wie? Wie? Ähm. Okay. Wir müssen noch eine Reihe weitermachen. Für die Wände. Für die Wände. Und dann schlage ich dich nämlich. Oh, ne, echt. Schlechtester Moment ever. Keine Werkbank in der Nähe. Doch die ist draußen. So. So. Weiter geht's. So. Ist doch ein Graus, dass ich mich da jedes Mal verbaue, ey. Uh. Genau auf den Punkt, genau richtig. So. Ne, doch nicht. Doch nicht. Machen wir jetzt einfach den hier. Okay. Okay. jetzt möchte ich jetzt möchte ich hier eine stege drin haben bräuchte eine stufe habe ich die doch habe ich voll ich habe aber andere stufen nämlich trotzdem so dass euch stattgefällt jetzt kommt der boden noch raus und dann erde erstmal rein bis wir heu haben genug heu das wir jetzt also auch öfter mal ab farben und dann haben die hühner auch einen hühnerstall und jetzt nicht mit bürken gestützt oder so können ja mal hingehen und hier 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 und hier hier vielleicht die auch noch kommen aber just for the beautiness yo hier Okay, dann... Eine weg hier auf jeden Fall, zwei sind zu viel, und die andere lieber hier hin. Okay, ich denke, das ist hier noch so ein Ding hin und fertig. Wenn wir dann hier noch Wasser haben, machen wir hier noch den Dach rein für die Hühnerchens. Ah, auf Wiedersehen. Nicht, dass ihr auf immer Gedanken kommt, ne? Kein gutes Gefühl bei euch. Wenn ihr mich schon so lockt, dann muss ich das auch mitnehmen. Gut. Da ist noch eine Fackel. Hier vorne auch noch. Mit dem da. Der, ne, hat er nicht. Vielleicht wächst er noch. Das wäre nice. Hier vorne muss noch irgendwo eine Fackel sein, habe ich gesehen. Da. Unterm Baum. Das ist natürlich mit den neuen Bäumen mal eben gucken, ob man damit abhauen kann. Der gefällt mir nicht. Der ist mir zu kriminell. Hallo. Ja, genau. Auch kein neuer, bitte hier. Hier will ich auch keinen haben. Das passt alles. Damit kann ich leben. Damit kann ich auch leben, ne? Ja, hier kann ich auch leben. Sehr schön. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus, Leute. Hm? Da haben wir ein bisschen was geschafft. Würde ich natürlich... Ich weiß nicht, wir haben ein bisschen Kabel dabei. Könnten jetzt hier den Gang nach oben nochmal fertig machen. Wir haben auch noch schön Holz dabei. Wir könnten noch cool bauen. Wir müssen ja sowieso noch eine Reihe wegfloppen, haben wir gesagt. Mindestens. Nicht sogar zwei. Ich weiß was, sagen zwei. Heppa, 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 heppa. Aber da nehmen wir auch wieder definitiv unser, ähm, unser Tannenholz für. Ich hätte ja erst gesagt Weidenholz, aber... Oder nehmen wir Weide. Komm, wir nehmen Weide. Weide haben wir genug. Oder viel auf jeden Fall. Können wir vorne noch die anderen wegkloppen. Ja, besser. Besser. So. Dann erstmal hier. Ja. Ja. Um. Und dann müssen wir eigentlich nur noch ein Bettchen bauen, dass wir mal hier schlafen können und nicht immer bis nach Afrika rennen müssen, wenn wir hier mal was tun. Hier kommt ein Zaun drauf. Und dann müssen wir das nächste Mal abnehmen, dann können wir hier auch mal wieder und sehen uns dann noch mal ein paar Seiten. Und dann können wir die Einstirken, die es gut gestalten. Und dann können wir das letzte Mal abnehmen. Und dann können wir hier auch mal wieder einmal abnehmen. Und dann können wir die Einstirken, die die Einstirken, dann können wir hier auch mal wiedersehen. ich habe das überlegt gerade ich muss mich eben weg hier oh alter das ist real the struggle ist real verstehen verstehen wo es hingehen soll logisch oder und hier wieder eine fackel so eine laterne drauf stellen hier kann man eine dranhängen und dann sieht das hier schon wieder hell aus doch geil aus vielleicht hier ein paar bäumchen weg das sind viele was sonst sagt mir nicht dass es dir nicht gefällt das sieht gut aus ich weiß nicht das ist das ist das ist das ist das ist ein bisschen terraforming wieder das riecht nach Eiern mit Speck meine Damen und Herren so, dann lass uns mal weitermachen lass uns mal weitermachen ich würde sagen, hier kommt der nächste raus wieder nach oben und geht bis hier jetzt brauchen wir natürlich wieder neues Holz wenn man das sofort führen will eigentlich dürfte der Typ gehen das ist mobbing mittlerweile weiter Das war's. Das war's. Oh, wir haben ja noch welche. Natürlich wieder Laternen an die Wände. So gedruckt, dass es gerade dunkel ist. Oh, wir haben ja noch eine Stufe. Ich glaube, es sieht gut aus, wenn ich das mache. Ich glaube, es sieht gut aus. Der war ja richtig gefällt jetzt hier. Hier? Hier? Um ein bisschen Holz zu sparen. Ich weiß nicht, ob man das noch nicht versteht. Jetzt aber. Nein, ich hab oben drauf den Stab vergessen. Ich hab hier noch mal mehr Holz, als ich gerade habe. Das ist irgendwie unlogisch. Aber okay. 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 So. Büll steht hier noch, meine Damen und Herren. Büll steht hier noch. So. So. Das lassen wir offen. Genau. 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 Und dann sieht das hier auch schon gut aus. Heidenarbeit. 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 Heidenarbeit, sag ich euch. Arbeit lohnt sich. Warum sagt man eigentlich Heidenarbeit? Finde ich merkwürdig. Finde ich merkwürdig. Heiden sind doch Ungläubige, oder vertue ich mich da? Nee, ich bin kind. Nee, ich bin typisch. Acho, kann ich nichts mehr sagen? Also, ich bin glaub, dass ich nur nochbull разр sh 노�ende45ern barreます kann. Genau, Herr ist SurfshFl spreader Typ. Ich brauche die닥ş mit einerin tischofs. Ich brauche kinder darge quietly zuita um Lessen zu bekommen. Ich brauche die Mit dop. Ich brauche mich zu Ihrer Zeilen. Ich brauche das Prov asp is mir sch defällt. Ich brauche etwas So, jetzt habe ich nur kein Holz mehr, deswegen bereite ich schon mal vor, wie ich es machen würde. Man vorbeistehen kann ich ja immer noch. Ja moin, dann machen wir jetzt hier auch noch einen rein. Das hört an, hat ein Konstrukt, aber geil, aber einfach nur geil. Ja. 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 Nee, dann machen wir noch einen höher. Dann machen wir noch einen höher. Wenn wir den hinkriegen. Ja. Dann gehst du dann runter und dann sieht alles nice aus. Geil. I love it. Dann wird der Weg hier lang gemacht. Dann hier rum. Dann kommen hier Zäune hin. So, jetzt fangen wir hier mit mal eben an. Wir haben jetzt noch 10 Minütchen, die nutzen wir jetzt auch noch aus. da kannst du nämlich nur von oben runter gucken du kannst aber nichts machen verstehst du und wäre geil wenn der jetzt noch wachsen würde er hat richtig ewig ja ich würde sagen wir haben richtig was geschafft heute wir haben richtig fett was geschafft drei felder oder zwei felder drei felder ist gut eine gute wegbreite den lassen wir mal damit das gegrün wird wie schön das schon aussieht ich hätte mir richtig gut dann müssen wir ja noch gucken dass die hier rasen kriegen aber guck dir an judas hier kommt ein stein hin dann kann hier oben ein häuschen drauf ach es wird so schön es wird so schön leider es wird so schön das sieht gut aus ja kann ich mit leben da müssen wir das hier begerade gehen und dann geht der weg da hoch an den wänden vorbei so praktisch eine eine höhle in die wand reingekloppt so eine coole weißt du bist da drüben geil i like it schippe haben wir noch eine ne keine schippen mehr die letzten vier blöckchen hier die klopfe ich jetzt mal so weg so leckofunny leckofunny geil geil uh da lang ah ja hier scheint es zu fruchten warum auch immer hier kommen auch ein paar saplings immer runter guck mal hier haben wir schon wieder drei leider ist drei einer zu wenig leute nicht wieder hier oben einer gelandet ja und käse so dann das in den in den in den dingen sortieren das auch 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 das nicht weil ich dann noch baue das auch das auch das auch das brauche ich auch noch das kann weg die Eier tue ich gleich weg ich den holz behalten wir ne komm weg ja und die sticks auch läuft es läuft meine damen und herren wir haben heute richtig was geschafft und ähm ja ich bedanke mich erstmal dass ihr ups dass ihr dabei wart ähm ihr kennt das ganze ich gehe jetzt wieder schlafen lege noch die Eier aus Mementar weg und dann bin ich erstmal dankbar sehr sehr dankbar dass ihr dabei wart heute abend ist ein stream vielleicht sehen wir uns ja vielleicht äh ne ihr seht das video wahrscheinlich Wochen später aber vielleicht sehen wir uns ja ähm daumen hoch kommentieren und abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten mal ab euch lieb tschüss und dann sehen wir uns bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal